moin moin liebe leute heute gibt es wohnungen die sind alle in einem haus sind vier wohnungen glaube ich frei unterschiedliche quadratmeter zahlen der preis pro quadratmeter ist derselbe ich schreibe euch das drunter also wir beginnen mit einer ich glaube zwei zimmer also zwei schnappt es mal gut los geht es ist ein sehr gepflegtes haus ganz neu man sieht schöne neue türen mit unserem entabler war da so hier kommen wir rein moment ja flur absteigkammer große absteigkammer große absteigkammer dann geht es hier wieder in den flur zack 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 ein schlafzimmer das Fenster geht nach vorne zur straße raus hat sogar ein kleines barzimmer vielleicht geht ab nicht doch so duschbad extra hier in dem schlafzimmer dann haben wir hier im flur ein extra wc auch mal dusche entschuldige nur das licht geht nicht zu neu also alles nägelnagel neu gemacht ne hier ist das zweite schlafzimmer dann nehmen wir es drüber schlecht vorbereitet und so das ist etwas kleiner als das andere schlafzimmer, so hier Wohnbereich mit Meerblick. Küche. Mit Fenster und hier geht's raus. Auf den Balkon. Großen Balkon. Mit mehr, 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 mehr Blick. Nach hinten raus, ruhig. Hier unten ist Du Brava. Und weiter hinten mitziehen. Das ist der Blick vom Balkon. Groß, schön überdacht, was im Sommer wichtig ist, wenn die Sonne so knallt. Lass das Euch gesagt sein. Alle freuen sich auf den Sommer. Wir haben hier 40 Grad, das ist ziemlich heiß. Das heißt, dass man zum einen eine Klimaanlage hat und zum anderen eine überdachtete Wasser. Tchum. Okay. Dschung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020